Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf Kick-Off zur Kaderplanung vom VfL Bochum. Die Bochumer sind ja mittlerweile im Bundesliga-Abstiegskampf so richtig angekommen, nachdem man ja zum Saisonbeginn noch wirklich große Probleme hatte. Aktuell ist man Tabellen 14. hat 25 Punkte nach 25 Spieltagen auf dem Konto und zuletzt zwei unglaublich wichtige Siege gegen Leipzig und Köln gefeiert, nachdem man ja zuvor fünf Lichtspiele in Folge verloren hat. Somit ist aber natürlich auch klar, dass der Abstiegskampf für den VfL wohlmöglich bis zum Schluss extrem spannend und auch extrem eng bleibt und es damit natürlich auch möglich ist, dass man absteigt. Aber klar ist auch, dass andere Szenario, sprich der Bundesliga, verbleibt. Mit Trainer Thomas Letsch ist natürlich genauso wahrscheinlich zum aktuellen Zeitpunkt und deswegen blicken wir hier in der Kaderplanung wieder auf beide Szenarien. Wie verändert sich der Kader, wenn man absteigt? Was muss dann getan werden? Darauf blicken wir in einem anderen Video und heute schauen wir mal auf das sehr interessante Szenario. Wie sieht denn Bochums Kader aus, wenn man erneut die Klasse halten kann? Man sagt immer wieder, das zweite Jahr ist das schwerste als Aufsteiger. Das sieht man auch durchaus und vielleicht hätte man dann in der nächsten Saison die Chance, noch mal einen Schritt nach vorne zu machen und das würde ich Bochum dann auch auf jeden Fall zutrauen. Wir blicken mal auf Bochums Kaderplanung für die neue Saison als Bundesligist. Wie ihr es gewohnt seid, schauen wir uns jede Position im Detail an, blicken auf die aktuelle Besetzung, wer gehen könnte und wie man eben dann in der neuen Saison aufgestellt sein müsste. Im Tor hat man ja Manuel Riemann als klare Nummer 1, Michael Esser als klare Nummer 2 und dann dahinter Hamburg-Leihgabe Marco Johansson sowie Eigengewächs Paul Grave. Eine Position, wo man in der Breite auf jeden Fall sehr, sehr gut aufgestellt ist und wo es in der Spitze auch bedingt durch die Negativ-Serie ja schon auch ein paar Diskussionen um Manuel Riemann gab, ob man ihn vielleicht sogar aus dem Tor nehmen sollte, Esser reinstellen sollte, jetzt zwei Spiele gewonnen, zweimal zu null. Ich denke mal, die Zweifel sind erstmal wieder weg. Und somit ist für mich auch klar, dass sich an dieser Hierarchie eigentlich nichts ändern wird. Riemann wird auch in der kommenden Spielzeit die Nummer 1 sein, sein Vertrag läuft dann noch zwei weitere Jahre und Esser wird auch in der neuen Saison die Nummer 2 sein. Daran würde ich persönlich auch gar nichts ändern, egal in welcher Liga es dann auch weitergeht. Abgang ist für mich aber ganz klar Marco Johansson. Er ist ja eben vom HSV gekommen und das eben auf Leihbasis. Es war ohnehin nur angedacht, die ganze Geschichte eben für diese Saison und es war auch eigentlich schon von Anfang an klar, dass der 24-Jährige kaum Spielpraxis bekommen wird. Er braucht jetzt auf jeden Fall einen Klub, wo er deutlich mehr spielt. Über Paul Grave könnte man natürlich auch noch diskutieren. Der VfL Bochum hat ja nur ein U19, sprich keine zweite Mannschaft. Grave, 21 Jahre jung, bräuchte Spielpraxis. Ich denke mal, ihn wird man aber erstmal als Nummer 3 behalten und somit ist man auf der Position wirklich gut aufgestellt und muss daran gar nichts ändern. Ändern wird sich aber womöglich etwas bei den Außenverteidigern. Da haben wir ja aktuell für die rechte Seite Christian Gamboa, Saidi Janko und Jordi Oseitutu und für die linke Seite Konstantinos Stafelides und Danilo Suárez. Und für mich ist das eine Position, wo man sehr viel Kaderbreite hat, wo mir aber vor allem auf der rechten Seite diese letzte Qualität fehlt, um dann eben auch in dem möglichen dritten Bundesliga-Jahr nochmal einen Schritt nach vorne zu machen. Und deswegen würde ich zumindest auch weiterhin mit Christian Gamboa planen, der aktuell mit Verletzungen zu kämpfen hat, möglicherweise aber eher als erfahrener Backup. Und bei Janko und Oseitutu hätte ich durchaus meine Zweifel. Janko hat natürlich jetzt im neuen Jahr deutlich besser performt als noch in der Hinrunde. Das kann man auf jeden Fall so sagen. Trotzdem finde ich immer noch nicht so richtig endgültig, wofür es dann für mich diesen endgültigen Grund gäbe, Janko auch tatsächlich festzuverpflichten. Er ist ja erstmal nur von Real Valladolid ausgeliehen, sprich man müsste ihn kaufen, möglicherweise. Und davon bin ich eben überzeugt, gibt es auf dem Markt günstigere Möglichkeiten, die eben auch dann besser funktionieren. Jordi Oseitutu ist ja ohnehin Backup-Spieler für die rechte Abwehrseite und erst recht auch für den rechten Flügel. Ja, es ist ein ablösefrei Neuzugang gewesen aus der U21 von Arsenal. Wenn es hier im Sommer ein gutes Angebot gibt, würde ich ihn persönlich schon wieder abgeben. Und deswegen wären das hier auch meine beiden Abgänge. Konstantinos Tafelidis, sein Vertrag läuft aus. Aufgrund seiner Flexibilität, seiner Spielweise, finde ich, sollte man ihn aber auch in der Bundesliga auf jeden Fall behalten. Ein wirklich wertvoller Spieler, auch aufgrund seiner Erfahrung. Und bei Danilo Suárez läuft der Vertrag ja ohnehin noch ein weiteres Jahr. Er ist auch in dieser Saison komplett gesetzt. Den musst du auf jeden Fall auch weiterhin mitnehmen. Und deswegen würde ich dann lieber zwei Leute abgeben, mit Janko und Oseitutu und das gesparte Geld eben dann in einen wirklich guten rechten Verteidiger investieren. Gamboa als Backup, dann links Danilo als klarer Stammspieler und Tafelidis, der ja links, rechts, zentral, Sechser, Achter, alle spielen kann, dann als Allzweckwaffe für die Defensive. Wir bleiben in der Defensive und sprechen über die Innenverteidigung. Das war ja sicherlich die Position, die im Laufe der Saison am meisten Umschwung bekommen hat, eben auch bedingt durch die letzten Sommerabgänge von Leitsch und natürlich erst recht von Bela Kocab. Und deswegen haben wir hier natürlich auch reichlich neue Spieler im Vergleich zur vergangenen Saison mit Ivan Ordez, Kevin Schlotterbeck und Dominik Hainz, plus eben die, die schon letztes Jahr da waren mit Erhan Maschowitsch und Vasilios Lambropoulos. Zudem gibt es natürlich auch noch zum Beispiel Mohamed Tolba aus der U19, sammelt aber eigentlich auch nur dort seine Spielpraxis. Am Anfang der Saison ein paar Mal im Kader habe ich jetzt hier erstmal außen vor gelassen. Also, wir haben vier Innenverteidiger oder fünf Innenverteidiger besser gesagt für zwei Positionen und zuletzt haben sich ja dort Ordez und Maschowitsch festgespielt. Schlotterbeck ist ja im Winter aus Freiburg gekommen, per Laie. Da muss man dann mal gucken, ob man ihn fest verpflichten kann und möchte. Dominik Hainz ist ja ebenso ausgeliehen worden im letzten Sommer von Union Berlin. Auch hier wieder Verletzungsprobleme gehabt. Da gehe ich ganz, ganz stark von einem Abgang aus. Der Vertrag von Lambropoulos läuft ebenfalls aus. Als Backup ist er durchaus zu gebrauchen, aber auch hier gilt für mich, wenn du in der Bundesliga eben dann noch den nächsten Schritt machen möchtest, dann solltest du Lambropoulos abgeben und den Vertrag nicht verlängern. Ein Fragezeichen gibt es dann sicherlich noch bei Ivan Ordez. Der Ukrainer ist ja im letzten Sommer gekommen als Leihspieler von Dynamo Moskau. Und auch hier haben wir halt, wie jetzt schon häufiger in der Kaderplanung gesehen, die Sonderregelungen der FIFA. Und genau diese besagt ja, in der laufenden Saison dürfen in Russland ausländische Profis ein Jahr ablösefrei wechseln und ihre Verträge in Russland aussetzen. Genau davon hat Ivan Ordez Gebrauch gemacht. Bochum konnte den 30-Jährigen ablösefrei für ein Jahr bekommen. Und da muss man halt dann mal gucken. Aktuell wird ja durchaus diskutiert, diese Regelung zu verlängern. Dann könnte man Ordez auch ein weiteres Jahr ablösefrei bekommen. Grundsätzlich finde ich, sollte man sich auch hier um eine Festverpflichtung bemühen. Weil vor allen Dingen auch als Pärchen mit Masowitsch finde ich das echt gut und passend. Und somit würde ich hier aber trotzdem auch ein bisschen aufräumen sozusagen. Also Schlotterbeck sehe ich dann persönlich bei einem Abgang. Verbleib könnte ich mir eigentlich nur vorstellen, wenn Ordez geht und man ihm damit eben auch den Stammplatz sozusagen ermöglichen könnte. Glaube ich allerdings auch nicht daran, dass man ihn fest verpflichten wird. Bei Lambropoulos, wie beschrieben, Kaderbreite okay. Würde ich aber trotzdem anders besetzen. Und dann eben Dominik Heinz für mich ein ganz klarer Abgang. Potenziell wäre das dann folgendermaßen. Wir hätten Ordez, Festverpflichtung wäre richtig stark. Und mit Masowitsch eben dann schon zwei potenzielle Stammspieler. Wenn man natürlich dann drei Innenverteidiger abgeben, sollten mindestens mal zwei neue kommen. Und einen hat man ja schon fix mit Noah Lusli. Der kommt ja aus der Schweiz von den Grashoppers, ist dort größtenteils gesetzt. Jetzt 26 Jahre alt, 1,86 Meter groß, wird ablösefrei an den Kastropper wechseln. Ich denke mal, das ist auf jeden Fall ein wirklich guter erster Sommerneuzugang. Hat ja auch sowohl für die Erste als auch für die Zweite Bundesliga unterschrieben. Ein weiteres Fragezeichen bliebe da noch. Hier könnte auf jeden Fall Tim Oermann als Leihspieler unglaublich interessant sein. Gebürtiger Bochumer spielt beim Wolfsburger AC jetzt in der Rückrunde und spielt da eine richtig gute Rolle. Können auf jeden Fall dann genau diese Position einnehmen. Und ich finde, dann hätte man auf dieser Position vielleicht eine Alternative weniger, aber dafür auch nochmal mehr Qualität. Qualität brauchst du natürlich auch im zentralen Mittelfeld. Und auch dort hat sich ja im Vergleich zur vergangenen Saison einiges getan. Wir sehen ja hier nur noch zwei Spieler, die auch im ersten Bundesliga-Jahr mit dabei waren. Und das ist natürlich der Kapitän Anthony Lucia und Youngster Patrick Osterhage. Der Rest ist ja komplett neu. Wir haben Pierre Cundé, der im Winter in die Bundesliga zurückgekehrt ist. Jacek Goralski, den man sich im Sommer geholt hat. Und dann eben die weiteren Zehner auch im Sommer gekommen mit Förster und Rückkehrer Stöger. Und das ist für mich auch wieder so eine Position, wo man wirklich sagen kann, da ist eine gute individuelle Qualität vorhanden. Man hat aber sicherlich bei einem Bundesliga-Verbleib die Chance, sich da nochmal besser aufzustellen. Und in Sachen Abgängen würde ich hier mit zwei Erfahrenen gehen. Zum einen erneut, oder was heißt erneut, zum einen halt wieder Pierre Cundé abgeben. Den wollte man im Winter unbedingt haben. Bereits im Sommer stand er auf der Liste. Man hat ihn jetzt geholt per Laie von Olympiacos Pireus. Das ist ein richtig guter Deal für die Rückrunde gewesen. Er hat sich jetzt aber auch noch, finde ich, nicht so gut zeigen können, dass man wirklich sagen muss. Den muss man fest verpflichten. Denn auch hier würde ich sagen, da gäbe es vielleicht auf dem Markt andere, günstigere und damit auch bessere Alternativen. Und was man probieren sollte, meiner Meinung nach, wäre ein Abgang von Jacek-Goralski. Klar, hier ist logisch, aufgrund von Verletzungen hat er halt noch gar keine Rolle spielen können. Die Frage ist aber halt auch bei solchen, die neu sind und dann nie wirklich spielen konnten, aufgrund von Verletzungen, kommen die tatsächlich nochmal an? Und da würde ich sagen, wenn es ein Angebot gibt, abgeben. Osterhage, für mich auf jeden Fall genauso locker eingeplant wie Lucia. Da gibt es keine Diskussion. Und dann haben wir noch Förster und Stöger, deren Verträge dann noch ein weiteres Jahr laufen. Ich denke mal, die beiden selber sehen sich in der Bundesliga auf jeden Fall in Bochum. Und der VfL selber wird sicherlich auch mit beiden planen. Ich finde persönlich von Kevin Stöger immer wieder unglaublich stark. Und somit haben wir dann eben im besten Falle, laut meiner Planung, zwei Abgänge mit Kondé und Goralski. Und dann muss man aber natürlich auch im Zentrum nochmal was machen. Oftmals spielen wir dann dort mit drei zentralen Leuten. Und da muss man auf jeden Fall nochmal auf der 6er Position was machen. Genauso wie auf der 8er Position, um dort auch wirklich endgültig richtig gut aufgestellt zu sein. Flügelspieler, auch eine wichtige Thematik im System von Thomas Letsch. Der wiederum hat ja zuvor in den Niederlanden sehr, sehr gerne auf ein System mit Dreierkette gesetzt. Ohne typische Flügelspieler. Bei Bochum aber ganz klar eben jetzt auch immer auf das 4-3-3 gesetzt. Ist durchaus interessant, ob er vielleicht eine Sommervorbereitung dazu nutzen würde, das System zu ändern. Wir planen aber hier jetzt auch erstmal weiterhin mit typischen Flügelspielern. Und da haben wir ja aktuell mit Takuma, Asano, Christopher und VIAJ und Gerrit Holtmann drei gute bis sehr gute Leute. eben auch für das System. Plus natürlich auch noch Simon Zoller oder eben auch Usai Tutu, die natürlich auch da immer wieder aushelfen können. Drei Spieler und davon sind ja aktuell zwei ganz klar gesetzt. An VIAJ und Asano. Die spielen eine richtig starke Rückrunde, sind super in Form. Beide haben noch einen Vertrag bis 2024. An VIAJ sehe ich ligaunabhängig beim VfL. Asano wiederum mit einem Marktwert von 4 Millionen Euro. Wäre natürlich auch ein interessanter Mann für einen Transfer, wo man eben auch wirklich Geld mitmachen könnte. Aber wenn man in der Bundesliga bleibt, sehe ich auch ihn weiter an der Kastropper. Ein bisschen anders ist die Lage bei Gerrit Holtmann. Der konnte ja an seine erste starke Bundesliga-Saison so gar nicht anknüpfen. Steckt seit Wochen, gar Monaten in einem wirklichen Formtief. Und ich denke mal, hier würde man im Sommer durchaus eine Trennung anstreben, wenn es denn eben auch noch eine gute Millionensumme für ihn gibt. Deswegen wäre Holtmann hier mein Abgang und potenziell dann eben weiterhin Asano und VIAJ plus ein weiterer neuer. Weil wir haben ja zum Beispiel auch noch mit Simon Zoller eine weitere Möglichkeit hier. Du könntest, wenn es ganz hart auf hart kommt, auch das System umstellen. Aber ansonsten hast du ja immer noch zwei Top-Leute, die du jetzt schon hast, plus ein Neuzugang, der wirklich auch nochmal Qualität mitbringt. Das sollte sicherlich gut passen. Was da noch fehlt, ist natürlich das Sturmzentrum, welches eigentlich die ganze Saison schon Philipp Hofmann gehört. Simon Zoller hat man dort noch als erfahrene, flexible Alternative. Und zudem dann noch Silvere Ganvula und Winter-Neuzugang Moritz Brozinski. Und das ist sicherlich eine Position, auf der man gut aufgestellt ist, aber auch sicherlich noch das Potenzial hat, sich in der Qualität zu steigern. Mit wem man auf jeden Fall in der Bundesliga planen wird, ist Philipp Hofmann. Top-Torjäger im Verein, ein ganz wichtiger Faktor. Und er selber wollte immer Bundesliga spielen und wird sicherlich auch dann an Bord bleiben. Bei Simon Zoller sehe ich auch keinen Abgang. Bei beiden laufen die Verträge dann noch ein weiteres Jahr. Klar weg ist für mich aber auf jeden Fall Silvere Ganvula. Vertrag endet nicht so richtig aktuell mit dabei. Sitzt ein paar Mal auf der Bank, wird vielleicht mal eingewechselt. Viel mehr aber dann auch nicht. Eben auch, weil man mit Moritz Brozinski ein interessantes, junges Sturm-Tanent aus Dortmund geholt hat. Der eben dann auch jetzt schon über Joker-Einsätze kommt. Der ist natürlich ganz klar eingeplant für die nächste Saison. Und somit haben wir ja einen Abgang mit Ganvula und den würde ich dann auch durch einen Neuzugang ersetzen. Hofmann möglicherweise weiter als Stammspieler. Zoller auch als Alternative für die Flügel. Brozinski, den du immer wieder reinschmeißen kannst. Plus eben dann auch ein weiterer Stürmer, um wirklich genügend Qualität zu haben. Qualität haben auch durchaus die verliehenen Spieler. Zumindest teilweise. Ich habe jetzt mal die fünf Namen rausgesucht, die aktuell verliehen sind. Und da mal geguckt, könnte man die wieder einplanen in Bochum? Könnten die vielleicht bei ihren Leihvereinen bleiben? Oder haben sie einfach generell keine Zukunft? Und keine Zukunft sehe ich auf jeden Fall für Janis Horn, Luce Mosse und auch für Moritz Römmling. Gehen wir mal kurz jeden Einzelnen durch. Horn ist ja im Winter nach Nürnberg verliehen worden, obwohl er ja jetzt im Sommer zu Bochum gewechselt ist. Auch dort Verletzungspech gehabt. In Nürnberg werden die anderen Linksverteidiger langsam wieder fit. Ich denke mal, er wird in Bochum wieder auf der Matte stehen, aber auch dort keine große Rolle spielen. Luis Mosse wurde ja suspendiert, wurde rausgeschmissen unter Letz. Hat nie wirklich in Bochum funktioniert. Nachdem er im Sommer gekommen ist, für ihn ging es ja nach Frankreich zurück. Zu Nimm. Aber auch dort spielt er keine allzu große Rolle. Kommt eigentlich, wenn nur zu Joker einsetzen. Ich glaube, von dem wird man sich dann auch endgültig trennen wollen. Moritz Römmling wurde verliehen zu Rot-Weiß Essen. Durchaus ein Talent auf der Position des linken Verteidigers. Spielt allerdings dort auch nicht so eine große Rolle. Sehe ich auch deswegen dann nicht in der Bundesliga. Eine neue Chance, könnten für mich aber Tim Oermann und Luis Hartwig bekommen. Legen wir mal ganz kurz los mit Luis Hartwig. Der gilt ja als großes Sturmtalent. 20 Jahre jung, spielt aktuell bei St. Pölten in der 2. österreichischen Liga. Und überzeugt dort. Spielt eine wirklich gute Saison. Da ist halt die Frage, ist der Sprung in die Bundesliga dann zu groß? Erst recht, wenn du im Sturm schon mit Brzezinski ein junges Talent hast. Ich denke mal, Hartwig wird man sich im Sommer erstmal angucken. Und dann vielleicht würde ich den Vertrag nochmal verlängern. Um ihn dann eben auch erneut verleihen zu können. Auf jeden Fall eine neue Chance. Sollte man, finde ich, aber Tim Oermann geben. Ich hatte es ja vorhin schon mal kurz angerissen. 19 Jahre jung. Deutscher U-Nationalspieler. Im Winter ging es viel nach Österreich. In die 1. Liga zum Wolfsberger AC. Und da jedes Spiel von Anfang an gemacht, seitdem er da ist. Und das ist richtig stark. Und das ist ein Bochumer Junge. Und wenn man eben auch dann in der Abwehr einen wirklich guten Konkurrenten sucht. Zu Ordez und Masovic mit Lusli schon einen gefunden hat. Dann, finde ich, sollte man diese Position eigentlich auch mit Oermann besitzen. Und ihm dann eben auch in Bochum eine Chance geben. Das kann schon wirklich gut passen. Und hier haben wir nochmal die Transferplanung in der Übersicht. Die sich, finde ich, auch durchaus im Rahmen hält. Wir bräuchten keinen neuen Torhüter. In der Abwehr haben wir mit Lusli schon einen neuen Innenverteidiger. Der andere könnte Oermann sein. Hätte man also auch schon erledigt. Was es auf jeden Fall, finde ich, braucht, ist ein neuer Stammrechtsverteidiger. Im Mittelfeld bräuchte man dann ein Backup für Lucia. Für mich auch einen neuen, richtig guten Achter, der auch durchaus das Zeug hat zum Stammspieler. Und da möglicherweise nochmal eine weitere Alternative auf dem Flügel. Eine Alternative könnte auch im Sturmzentrum nicht schaden. Dann wäre man echt richtig gut aufgestellt für das nächste Jahr in der Bundesliga. Und das sehen wir auch nochmal ganz gut am Vergleich der aktuellen Startelf versus der potenziellen Startelf. Und da ist erstmal ganz interessant, dass die Achse ja eigentlich so bleibt, wie sie ist. Mit Riemann im Tor, mit Ordiz, Massovic und Suarez in der Abwehr. Lucia, Stöger im Mittelfeld. Und die offensive Dreierreihe mit Asano, Hofmann und Adwi Ajay. Auch damit wird wahrscheinlich Bochum jetzt nicht Richtung Platz 10 oder Platz 9 angreifen können. Aber darum geht es ja auch gar nicht. Ich glaube, damit hätte Bochum auf jeden Fall die Chance, eine ähnlich souveräne Saison zu spielen, wie die erste nach ihrer Rückkehr in die Bundesliga. Wenn man es dann schafft, ein Ordiz fest zu verpflichten, rechts hinten wirklich nochmal eine super Verstärkung zu holen, plus im Zentrum nochmal einen richtig guten Achter, der die Mannschaftshalle miteinander verbindet, dann kann das auf jeden Fall was werden. Voraussetzung, und das ist klar, ist der Klassenerhalt. Man hat eine gute Chance, ich glaube allerdings auch daran, dass es bis zum Ende unglaublich eng sein wird, weil eben auch Bochum aktuell schwer einzuschätzen ist. Es gab zu Beginn der Abendszeit von Letsch eigentlich nur Siege zu Hause und die dicken Aufsatzpleiten. Dann gab es eine Negativ-Serie mit den fünf Pflichtspielpleiten an Stück. Jetzt wieder 2 zu 0 Siege in Folge. Es ist schwer einzuschätzen. Aber genau deswegen machen wir auch diese Videos. Eben einmal für die Bundesliga und das haben wir jetzt abgehakt. Und ich finde, dann hat Bochum den großen Vorteil, dass sie schon wirklich eine gute Struktur haben und nicht so viele Leistungsreger verlieren wie im Vorjahr. Und natürlich blicken wir auch hier nochmal auf den Falle, was passiert denn beim Abstieg. Weil dann wird sich sicherlich der Kader nochmal einen Ticken mehr verändern. Und ihr könnt jetzt mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr Bochums Kader planen würdet und schlagt auch mal gerne weitere Teams vor für dieses Format. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.